Wir hier im XXL Restaurant warten auf unser Essen. Der Kannibale macht Stress und pass mal auf, jetzt geht's los. Der Zitronen-Test, der Zitronen-Test, hingucken. Lass doch, lass. Gib ihm alleine. Der steckt halt eh nochmal im Mund. Ja, natürlich. Ob der auch wirklich so sauber hat. Oh, jetzt, jetzt. Oh, guck mal, die haben gerätet. Die Dreilichen. Kleinen Pass auf die, bitte steck an. Na, warte, ich steck an und pissen. Der lässt aber nicht los. Der lässt aber nicht los. Ja, warte, ich steck an. Vielen Dank.